Oh, Jack, mein Ex-Freund, du hast so viel in diesem Spiel ausgegeben, aber mit sehr wenig Kraft. Ich habe auch keinen Cent für dieses Spiel ausgegeben. Wenn du das Spiel betritt, befindest du dich im Tempel des Drachenstehens, um einen goldenen Drachen zu töten. Dann wird dein C-Pain Milliarden erreichen. Interessant, ich werde es versuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017